Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spartan Online Ranked Battles. Meine Damen und Herren, es ist doch keine Zeit und heute machen wir eine Runde Herrschaft in Tümmlerkuppel und dem Helbuthafen. Also schauen wir mal, wie das Ganze abläuft und ja, dann kriegen wir das schon. Übrigens, eben noch was vergessen zum DLC zu erwähnen. Also das, was jetzt da neu ist, weil es kommt noch eine neue Map raus. Bin mir gar nicht ganz sicher, um was da geht. Ich glaube irgendein Einkaufszentrum oder sowas ist das. Und es kommt ein neuer, äh, Moment mal, Reinkampf raus, ein ganz neuer. Das hat so ausgeschaut wie Football oder sowas ähnliches oder Basketball, aber ja, was auch immer. Müssen wir uns zuerst nachschauen, wahrscheinlich muss ich mich da auch von 10 Minus raufkämpfen. Vielleicht auch nicht, schauen wir mal. Aber ja, jetzt machen wir meinen ersten Kampf. Ich habe mich für einen Feindisperser entschieden. Weil, ja, monik gern mag ich die Waffe nicht, aber sie ist mächtig. Und färbt gut, ey. Okay, das war mein Fehler. Ich wollte zu viel. Na gut. Äh, schaut. So, aus, alles. Kriegt man. Wollt. Die Herrschaft. Okay. Oh, voll Treffer. Das war ein gutes Ulti vom Shadow. Gutes Ulti. Ich sehe da drüben einen Gegner, den höre ich mir. Okay. Okay. Er hat mich erwischt, aber ich habe ihn nicht, oder? Gott, dinget. Shadow, was ist mit dem? Okay. Nehmen wir uns mal die Führung. Nice. Unsere Herrschaft. Ah Gott, der geht. Okay, schaut nicht gut aus. Ich sag so, wie es ist. Ich sag so, wie es ist. So nicht. Ich sag so, wie es ist. Ach. Ich unterzüllen muss ich nur lernen. Wir führen. Wieder einmal. Yes. Okay. Jetzt räumen wir auf. Okay. Schaut gut aus. Oh yes, okay. Der ist noch draufgekommen. Fraglich, ob durch mich oder nicht, aber hey, Sieg Nummer 1. Okay. Herrschaft. Ich mag Herrschaft sehr gerne. Ja, im Moment ist es derzeit so, dass mein, wenn hat mir das, Operation Goldfisch meine derzeit schwächste Kategorie ist, weil da ist das Einzige, wo ich noch im Aminos-Bereich bin. Und bei den anderen zwei bin ich schon ein Plus, aber ja, schauen wir mal, wann das Neue rauskommt. Wahrscheinlich Dezember. Sagen die jetzt so ratenmäßig. Aber ja, machen wir weiter und schauen wir, was passiert. Okay, Runde 2 in der Tümmlerkuppel. Schauen wir mal, wie das jetzt abläuft. Ja, mir ist übrigens jetzt gerade beim Ladebildschirm gerade was aufgefüllen. Äh, es ist nämlich jetzt gerade so, dass, ja, beide alten Maps gerade da sind. Wow, das ist eine gute Bombe. Ah, sch- Boah, fast schon wieder tot. Ah, das war Luna. Ja. Das hätte er mich so niederwischt. Ah, gut. Herrschaft, sehr gut. Gute Teamkollegen. Die Bombe, wo ich aushelfen muss, ist selten. Ah, schau, das hat nicht funktioniert. Oh, nice double. Habt ihn erwischt. Hm, hm, hm. Aber auch noch, weil er auch schon angeschwächt war, und ich ziemlich genau gesehen habe, wo er herkommt. Oh. Ah, jetzt hat er nicht gewusst, dass ich stirb. Gibt er vielleicht? Ja. Vielleicht auf, auf dem Rückweg, äh, ein Sepi Tox legen sollen. Ah, das war gut. Wir haben noch erwischt. Und wir haben noch die Herrschaft. Jetzt nehmen wir ihn. Hab ich schon gesehen. Hab sogar bevor, äh, bevor gesagt. Ah, geh. Warum geh dann nicht nach vorne? Da ist eine Bombe vor ihm gelegt. Ist ja wahnsinnig. Äh, links. Kann ich da auf den gleichen Weg gehen. Das wäre ja berechenbar. Das ist nicht gut. Wie viel Reichweite hat der? Was ist das? Profi-Klexer. Und die trifft natürlich nicht. Und gut. Verlern wir die Herrschaft. 1, 3, 2, 1. Herrschaft. Noch nicht verloren. Ah, schon wieder der Profi-Klexer. Aber, Kollegen, Rahmen auf. Komm schon. Wir bei. 4, 10. Yes. Okay. 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 Jetzt müssen wir es schnell machen. Okay. Jetzt müssen wir es schnell machen. Ich will es accounten. Okay und Herrschaft Ich habe meinen neuen Haar-Stil gefunden, aber ich habe meinen neuen Haar-Stil gefunden. Sehr gut, ja, zwei, drei Kämpfe, vier vielleicht, dann haben wir einen Aufstieg. Schauen wir mal, weitermachen. Okay, sind wir wieder zurück zum Heilboot-Hafen. Heute zum ersten Mal Kampf Nummer drei. Und ja, jeder mit einem neuen Haar-Look. Hey, was war das, der Julis? Gegner-Team. Hey, das ist eine neue Musik. Ich habe ihn nicht gehört. Sweet. Wow, okay. Oh, oh. Schon nicht gut aus für den Kampf. Oh, oh, oh. Ist okay, die Musik. Sehr rockig. Mein Rückweg war nicht gesichert. Oh, das war ein guter Ulti. Und trotzdem gegnerische Herrschaft. Schon, oder? Nein. Okay. Okay. Führung haben wir mal. Ah, gerade noch. Jawohl, okay, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Jetzt buchsen wir's mal da fest. Okay, sweet. Und wir haben einen Sieg. Das war schnell. Okay, ganz am Anfang hätte klappt, der Kampf wäre jetzt nicht ein Sieg aus. Schauen wir mal. Hey, passt. Gewunger, gewunger. Ich habe zwar nur, unter Anführungszeichen, nur vier Kills, aber wenn Yoshi das fast so oder macht, passt das auch. Sehr gut. Ja, dann... Ja, ich habe keinen Grund, nicht weiterzumachen, also da mal einfach. Ja, okay, jetzt sind wir wieder im Halberthafen zurück. Okay. Äh, ja. Ich glaube, das ist jetzt Kampfnummer... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Äh, ja. Werd schlafen. Also im schlechtesten Fall kommen wir nur. Äh. Ja. Da. Okay. Bin ich der Einzige, der über den Zusammenstoß jetzt auch gekillt hat? Wahrscheinlich. Äh. Das schaut schon mal gut aus. Hat sie das auszählt? Ich weiß es nicht. Hätten wir das fast gekillt? Jo. Ja. Muss ich jetzt mal traden? Und die Kollegen schaffen nichts. Das ist eine Frechheit. Du. Wenn sie nicht dein Ulti haben möchtest, dann... Ja. Okay. Von hinten schon wieder. Ja. Nein. Verloren. Eindeutig. Obwohl. Das war kein schlechter Versuch. Ich wollte den Manni der Wischen für die Sparte reagiert, weil die Sparte checkt habe, wo er ist. Ja. Äh. Wisst du was? Ausnahmsweise tue ich mal so ein Kampf einmal rein. Weil das ist eine Frechheit. So darf das nicht passieren. So darf ich keine Kämpfe verlieren. Was ist da gerade los? So sind die letzten drei Kämpfe abgelaufen. Und ein ähnliches Scoreboard auch. Sogar ziemlich genau gleich. Wo ich am meisten Kills habe. Aber trotzdem. Es sieht einfach nicht aus. Weil einfach der Rest nicht passt. Und fertig. Ja, mein. Äh. Ja. Wisst du was? Einen Kampf machen wir noch. Einen. Okay. Und der letzte Kampf des heutigen Tages ist wieder im Heilbutthafen. Okay. Timmler-Kuppel ist zwar nicht schlecht, aber ich weiß nicht, Heilbutthafen ist toll. Äh. Ich habe schon Böses im Gegner-Team gesehen. Äh. Der Luna-Blaster. Der wird mich ärgern. Sehe ich jetzt schon. Okay. Okay. Drei-Foot. Na. God dang it. Okay. Ich schadne immer gut aus. Koala, was tust du da? Nur so nebenweg, Fulk. Ich schadne immer gut aus. Okay. Erste Herrschaft. Oh. Der hat eine Rüstung gekauft. Ich habe seine Mob-Nummer, aber naja. Okay. Ich hoffe, das ist safe. Ja, ist safe. Gut. Okay. One für one. Ich muss nur Gegner so viel wie es geht stören und nerven. Ah, god dang it. Ich habe gerade zwei Leidkilled. Wieso haben wir nicht die Führung? Das ist eine Frechheit. Na. Ich war zu aggressiv. Hunde. 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 zu spät aktiviert damit das war mein fehler und gegnerische herrschaft der war klar und gut drauf drücken schon nicht gut aus schaut echt nicht gut aus sie machen schon wieder mehr punkte was ok gerade noch auf der halten und keine musik aber jetzt wird schwierig gut jawohl ok gut gut und sieg ha 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 ok es kann keinen besseren abschluss geben wird es gerade wirklich nicht okay das war jetzt knapp also so richtig knapp und ich habe eine gute leistung zum brachten 19 das passt ok in dem fall würde ich sagen vielen 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 dank fürs zusehen außerdem haben wir schon neue spielmodi vielleicht neue maps schauen wir aber trotzdem vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal und fertig